Hallo Leute! Willkommen bei diesem Two-Point-Hospital-Tutorial-Video. In diesem Video geht es um die Weiterbildung. Die Weiterbildung des Personals, die geht erst ab Flottering. Das ist das dritte Krankenhaus. Erst dort lernt man, wenn man ein paar Aufgaben erfüllt hat, wie man seine Mitarbeiter weiterbilden kann. Und wir sind hier auch in Flottering, in meiner Privatspeicherung. Und ich schalte hier jetzt mal den Betrieb ab, damit ich nicht so abgelenkt werde. Und zeige euch mal, was es mit der Weiterbildung auf sich hat. Also es geht um das Personal, und zwar um das gesamte Personal. Und die haben ja, wenn man sie einstellt, immer hier mehr oder weniger von diesen Symbolen. Das sind ihre Fähigkeiten. Und ja, am Anfang muss man die so nehmen, wie sie sind, und so bleiben sie. Und wenn man sie weiterbilden kann, dann kann man hier auch noch was dazufügen. Und zwar, wenn ein Mitarbeiter neben seinen ausgefüllten Symbolen hier so einen dunklen Kreis hat, dann ist er bereit für die Weiterbildung. Davor muss man den Mitarbeiter befördern. Und dann ist er bereit für die Weiterbildung. Also das ist ein weiterer Grund, warum man seine Mitarbeiter befördern sollte. Neben der Tatsache, dass sie dann besser arbeiten, schneller sind, erfolgreicher und zufriedener. Also darum geht es uns hier jetzt auch, Fähigkeiten reinzubringen. Und wir können hier auch mal gucken, was es mit diesen Fähigkeiten auf sich hat. Zum Beispiel bei Allgemeinmedizin hat hier so ein, das ist glaube ich ein Fieberthermometer, ein Fieberthermometer verbessert die allgemeinmedizinische Diagnosekompetenz. Und zwar um plus 15 Prozent in der Arztpraxis. Nur wenn die in der Arztpraxis arbeiten. Und mit jeder Stufe, das ist nicht hier überflüssig dreifach, sondern mit jeder Stufe, die sie mehr haben, kommen noch mal 15 Prozent dazu. Und wenn man hier alles voll hat mit allgemeinmedizinischer Diagnosekompetenz, dann ist man ein ziemlich guter Allgemeinmediziner und kann schon bei vielen Patienten beim ersten Besuch gleich feststellen, okay, der hat dies und das, zack, zur Behandlung, fertig. Dann spart man sich die riesenlangen Schlangen, die man immer hat vor dem Allgemeinarztpraxen, weil die kommen ja, die Patienten, wenn man die zur Diagnose schickt, dann kommen sie wieder zurück und dann noch mal und noch mal. Und dadurch kommen diese langen Schlangen zustande. Und wenn man die Ärzte ausbildet, optimal, möglichst optimal, dann hat man nicht so lange Schlangen. Ja, und das Gleiche gilt im Prinzip auch für die anderen Sachen hier. Das ist die Psychiatrieausbildung. Da hätte ich gerne im optimalen Fall einen Psychiater, der hier alles voll hat mit Psychiatrie oder vielleicht noch ein bisschen Patientenbetreuung, erhöht die Zufriedenheit von Patienten, mit denen der Mitarbeiter Umgang hat. Also ideal fände ich vier Psychiatrie und eine Patientenbetreuung. Aber man muss die Mitarbeiter ja auch nehmen, wie sie kommen und dann das Beste draus machen. Hier haben wir zum Beispiel die Stationsverwaltung. Da wird plus 20 Prozent Diagnosekompetenz in Station, Behandlungskompetenz in Station und Behandlungskompetenz in Frakturstation. Die sind also um ein Fünftel besser, wenn sie diese Ausbildung haben. Und wenn sie das nochmal machen, dann kommen nochmal 20 Prozent drauf. Und so weiter und so fort. Gut, klappen wir das mal weg. Und jetzt schauen wir mal, wo wir die weiterbilden. Da kann man nämlich extra Weiterbildungszimmer bauen. Und diese Weiterbildungszimmer, die müssen mindestens 3x3 groß sein. Hier habe ich extra eine Ecke freigelassen, genau für diesen Zweck. So, hier mit diesem Doktorhut, das sind die Weiterbildungszimmer. Und die müssen mindestens 3x3 groß sein. Man kann sie natürlich viel größer machen. Aber wir machen jetzt mal so ein Standardzimmerchen. So, das hier ist jetzt das Rednerpult mit so einem Overheadprojektor und einer Art Leinwand, wo man das dann drauf sehen kann. Und hier gibt es den Lehrlingstisch. Ein Stuhl mit Tisch dran, so wie in Schulen und Universitäten und Seminarräumen und sonst was. Und da kriegt man in diesen kleinen Raum tatsächlich bis zu 6 von diesen Tischen rein. So. Okay, man kann natürlich auch weniger nehmen. Den rücke ich mal auf, damit das so ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Okay. Man kann natürlich auch deutlich weniger nehmen. Zu der Größe der Weiterbildungsräume und der Zahl der Tische bzw. Zahl der Kursteilnehmer. Denn die Stühle begrenzen die Anzahl der Kursteilnehmer. In diesem Raum kann ich jetzt maximal 6 Leute gleichzeitig ausbilden. Aber man muss immer bedenken, dass die Leute, die man ausbildet, in der Zeit nicht arbeiten. Und so eine Ausbildung dauert um die 30 Tage rum. Je nachdem, wie schnell einer lernt und wie schnell der Lehrer lehrt, geht es mal schneller, mal langsamer. Aber man muss etwa 30 Tage rechnen. Und wenn man dann jetzt alle seine Krankenpflege ausbildet, dann geht das Krankenhaus, da geht es dann drunter und drüber. Dann läuft gar nichts mehr. Und genauso, wenn man seine ganzen Allgemeinärzte ausbildet gleichzeitig, dann hat man auch die Katastrophe an der Backe. Darum bevorzuge ich eher kleinere Weiterbildungsräume und auch kleinere Gruppen. Ich bilde also meistens so ein bis drei Leute gleichzeitig aus. Je nach Krankenhausgröße. Und wenn wir ganz viel Personal haben und super reich sind, dann packe ich auch mal sechs in einen Kurs. Aber meistens eher ein bis drei. Lieber stelle ich mir noch ein bis zwei weitere Weiterbildungsräume hin in so eine Klinik. Dann kann ich hier einen in Allgemeinmedizin vier schulen. Und hier kann ich Krankenpfleger in Behandlungskompetenz Stufe 2 schulen oder so. Das finde ich ziemlich effektiv. Aber jetzt richten wir diesen Raum mal fertig ein. Im Prinzip ist er jetzt schon fertig. Das ist das Wichtigste. Man kann aber noch einiges dazu packen. Je nachdem wo man ist, braucht man einen Heizkörper oder eine Klimaanlage. Das passt ganz gut hier so in die Ecke rein. Und es bringt nicht viel, wenn man da Kaffeemaschinen und solche Sachen reintut. Das benutzen die nicht. Während des Kurses, während der 30 Tage, sitzen die auf ihrem Stühlchen und lernen oder kaspern rum. Und der Lehrer unterrichtet mehr oder weniger lustig. Also manche, die sind schon unterschiedlich, wie die unterrichten. Aber sie trinken keinen Kaffee, essen keine Süßigkeiten und setzen sich nicht auf Stühle. Was man machen kann, ist, man kann einen Desinfektionsspender hinpacken. Hier passt der leider nicht hin, weil da ja schon der Stuhl ist. Aber hier passt der ganz gut hin. Und ich finde, das hat einen ganz guten Symbolcharakter, weil man schult ja in einem Krankenhaus und will demonstrieren, dass die Hygiene gut sein soll. Okay. Eine Mülltonne braucht man auch nicht, weil die ja auch gar nichts essen und so. Und man kann das hier also alles überspringen. Ich mache hier mal dieses Raster an, damit wir mehr auf einmal sehen. Und es gibt aber ein paar Sachen, die sehr, sehr nützlich sind. Also, was ich nicht reinstellen werde, weil der Raum so klein ist, was aber praktisch ist, wenn man größere Räume zur Verfügung hat, ist das Skelett-Modell. Das erhöht die Krankenhausattraktivität und plus ein Prozent Weiterbildungstempo. Kostet 1000 Dollar. Und das Gleiche gilt für das anatomische Modell. Auch das erhöht die Krankenhausattraktivität und plus ein Prozent Weiterbildungstempo. Die nehmen aber ordentlich Platz weg. Kostet 800. Es gibt auch Poster, die das Gleiche machen. Hier. Und zwar die Poster, die 100 Dollar kosten. Das Anatomie-Poster und das Gehirn-Anatomie-Poster. Die erhöhen außerdem noch das Krankenhausambiente. Und das Ausstattungslevel und plus ein Prozent Weiterbildungstempo und kosten nur 100 Dollar. Die sind also vom Verhältnis Preis-Leistung viel besser als diese Skelett-Modelle und Anatomie-Modelle. Obwohl die natürlich cool aussehen, wenn man die in so einen Raum stellt. Man hat aber in so einem kleinen Raum nur eine begrenzte Menge an Wänden, wo man die hinhängen kann. Und ich habe schon Videos gesehen, da haben die so einen Raum gebaut, der nicht nur sehr groß war, sondern wo die Wände dann so wie so eine Ziehharmonika immer so im Zickzack ging, um da möglichst viel an die Wände zu klatschen und möglichst viel Enzyklopädie-Bücherregale reinzustellen, die ich euch auch gleich noch zeige. Ich packe hier jetzt mal an die Wände, aber so viel wie möglich von diesen Postern. Denn schon wenn wir zehn Poster unterbringen, das kostet dann insgesamt ein Tausender, bringt das ja eine ganze Menge, nämlich zehn Prozent. Wenn jetzt ein Kurs 33 Tage dauern würde, geht das mit den Postern in 30 Tagen. Und diese drei Tage, die man dadurch gewinnt, die spürt man schon. Die sind einfach schneller fertig. So. Wie viel habe ich jetzt reingekriegt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau, zehn passen rein. Und wir haben jetzt auch Stufausstattungsstufe drei. Man kriegt den Raum jetzt also relativ leicht auch auf vier, wenn man das will. Und jetzt kommen aber die besten Sachen. Und zwar kriegt man irgendwann verliehen diese Enzyklopädie-Regale. Dann gibt es die Stufe eins. Kostet 2000. Und bringt plus zwei Weiterbildungstempo. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr viel schlechter als die Plakate. Aber man kann die halt zusätzlich reinstellen. Und hier haben wir das Enzyklopädie-Bücherregal 2. Das erhöht das Weiterbildungstempo auf plus vier Prozent. Und natürlich den Ausstattungslevel. Aber es geht hier um das Weiterbildungstempo. Kostet aber auch stolze 4.000 Dollar. Wenn man jetzt aber zwei Millionen auf dem Firmenkonto hat, dann kann man lässig mal so ein paar von diesen Bücherregalen da reinstellen. Wenn man am Anfang ist, würde ich davon eher abraten. Ein paar Poster rein bringt es auch. Hier habe ich jetzt zwei untergebracht. Mal gucken. Hier passt jetzt noch eins. Und ich denke mal, das war es dann auch. Nee, ich kriege hier noch eins unter. Da ist jetzt die Frage, will man das? Aber es geht. So. Ansonsten passt hier natürlich eigentlich keins mehr rein. Da passt noch eins hin. Na, da könnte man es reinstellen. Aber ich muss sagen... Na ja, wie weit kann man das hinterschieben? Fast bis ganz hinter. Okay. Ja, dann sieht man zwar nur einen Teil von dieser Tafel, aber die Schüler können alle den Lehrer sehen. Okay, jetzt habe ich fünf von diesen Dingern untergebracht. Da sagen jetzt bestimmt einige, das ist ja grauenvoll, das so vollzustellen. Ja, irgendwie finde ich das auch. Und man kann die beiden lässig weglassen. Dann hat man immer noch drei drinstehen. Diese hier finde ich ganz gut. Und ich finde, es passt auch, Bücherregale in so einen Schulungsraum reinzustellen. Und diese beiden, würde ich sagen, sind umstritten. Ich glaube, ich mache sie mal wieder raus. So. Jetzt sieht es wieder schön offen und frei aus. Und wir haben auch Stufe 4 erreicht. Ich denke mal, das reicht. Wir könnten jetzt hier auch noch Gold-Urkunden reinhängen. Aber ich glaube, auf 5 kommen wir nicht so ganz. Und das wäre auch irgendwie übertrieben. Gut. Fertig ist der Raum. Den kopiere ich mir jetzt gleich nochmal. Weil dann habe ich zwei. So. Das geht ja glücklicherweise. Man braucht hier keine Bänke davor stellen. Weil die warten ja nicht. Die gehen, die Personal, also Ärzte, Kranken, Pflege und so weiter, gehen einfach gleich rein und setzen sich hin. Bänke machen nur Sinn, wenn auf der anderen Seite Untersuchungsräume oder Behandlungsräume sind, wo man Bänke braucht. Okay. Jetzt starten wir einen Kurs. Und zwar möchte ich mal gerne Allgemeinmedizin 3 schulen. Ah. Sollte ich vielleicht nochmal zeigen. Man klickt hier drauf, Kurs starten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, so einen Kurs zu starten, indem man einfach einen Mitarbeiter in den Raum reinwirft, zum Beispiel. Oder wenn es heißt, der Mitarbeiter bräuchte eine Schulung haben, und man sagt, okay, Schulung, ja, dann kriegt man das schon vorausgewählt, dass der hier drin ist. Und so ist aber eigentlich eine Standardmethode, dass man da auf den Projektor oder das Rednerpult klickt. Und hier habe ich jetzt die Auswahl der Kurse. Und ich kriege immer angezeigt, wie viele potenzielle Teilnehmer ich habe und wie viele da schon weitergebildet sind. Und wenn ich drüber fahre, kriegt man außerdem noch eine Information, dass es die allgemeinmedizinische Diagnosekompetenz fördert, plus 15 Prozent und so weiter, wie viel wir schon haben und so weiter und so fort. Ja, jetzt machen wir mal das höchste. Allgemeinmedizin 3. Und da habe ich zwei verfügbare Ausbilder. Und zwar habe ich schon einen Arzt, der das schon hat. Und ich könnte auch eine Gastausbilderin buchen. Das kostet dann 10.000 Dollar. Und weil das ein fortgeschrittener Kurs ist, 15.000 pro Teilnehmer. Bei den Basiskursen kostet es dann nur 5.000 pro Teilnehmer. Und das ist jetzt so eine Entscheidungsfrage. Wenn man viel Personal hat und es ist gerade nicht viel los, dann kann man die hauseigenen Leute benutzen, auch wenn man beispielsweise wenig Geld hat, weil dann kostet es nichts. Wenn man viel Geld hat und will, dass Dr. Rob Stiles in seiner Allgemeinarztpraxis weiterarbeitet, dann bucht man den Gastausbilder. Und jetzt habe ich hier einen verfügbaren Teilnehmer, und zwar Dr. Elvira Hintermeier. Die hat schon zwei Allgemeinmedizinkurse besucht und ist jetzt bereit für die Weiterbildung. Und die kriegt sie jetzt. Das ist jetzt also so ein Minikurs mit nur einem Teilnehmer. Und das hier wird jetzt ein anderer Kurs. Der kann dann parallel laufen. Da machen wir Stationssachen. Ah, hier. Auch noch interessante Kurse. Will ich euch kurz zeigen. Diagnostik ist interessant und wichtig. Das brauchen Ärzte für manche Sachen. Zum Beispiel in der Röntgenuntersuchung und im DNA-Labor. Da braucht man auch Diagnostik. Das ist Diagnose. Also gerade das DNA-Labor ist Diagnose und Behandlung in einem. Da brauchen Ärzte die Diagnostik. Ansonsten braucht ein Krankenpfleger hauptsächlich die Diagnostik. Zum Beispiel in der Allgemein-Diagnostik, in der Kardiologie, in, ja, haste nicht gesehen, all diesen diagnostischen Sachen. Da schult man die am besten möglichst hoch. Radiologie ist eine Spezialausbildung. Die braucht man, um so Röntgenapparate im fortgeschrittenen Spielstadium zu bedienen. Forschung gibt es ab der Mittenuniversität. Apothekenverwaltung ist nur einstufig. Das sollte man den Krankenpflegern geben, die in der Apotheke arbeiten. Das hier sind die Hausmeistertugenden. Instandhaltung 1 bis irgendwas. Mechanik 1 bis irgendwas. Geisterjägerei. Ganz wichtig, vor allem wenn die Hölle los ist und ganz viele sterben, dann bildet man am besten alle Hausmeister in Geisterjägerei aus. Kundenbetreuung und Marketing ist für die Assistenten. Hier Ausdauertraining, emotionale Intelligenz und Patientenbetreuung und Motivation ist für alle im Prinzip und verbessert dann halt dieser Mitarbeiter, der lässt Energie langsamer schwinden, sodass der Mitarbeiter länger arbeiten kann, bevor eine Pause nötig ist. Ist auch nicht schlecht. Vor allem vielleicht für die Assistenten oder so. Emotionale Intelligenz erhöht die Zufriedenheit beim Mitarbeiter selber. Das ist vielleicht interessant, wenn so ein Mitarbeiter als Eigenschaft hat, ist leicht unzufrieden oder sowas. Patientenbetreuung, finde ich noch wichtiger, erhöht die Zufriedenheit von Patienten, mit denen der Mitarbeiter Umgang hat. Das fände ich eine schöne Ergänzung, zum Beispiel zur Allgemeinmedizin oder zur Stationspflege oder zur Psychiatrie, um die Patienten zufriedener zu machen. Motivation ist auch nicht schlecht, erhöht Tempo und Effizienz plus 10 Tempo. Weiterbildungslehrgang. Das ist interessant, wenn man jetzt bestimmte Leute öfters mal als Lehrer benutzen will und weil das das Lehr- und das Lerntempo um 50 Prozent erhöht. Also wenn man so richtig so eine Lehrergruppe in seinem Krankenhaus machen will, dann sollten die Weiterbildungslehrgang machen. Hier kommt jetzt die Allgemeinmedizin. Behandlung ist wichtig für Ärzte und Krankenpfleger. Also Ärzte, wenn die zum Beispiel bei der Deluxe-Klinik arbeiten oder in der Töpferei und so weiter. Also diese ganzen Behandlungssachen gibt es auch in vielen Stufen. Ich glaube bis 5. Und beim Krankenhaus, bei den Krankenpflegern ist es überall dort gut, wo sie behandeln. Wobei in der Station behandeln sie ja auch. Da ist aber die Stationskompetenz besser. Und weil die wirksamer ist. Diese Behandlung verbessert immer plus 10 Prozent Behandlungskompetenz. Und wenn ich jetzt jemanden in der Apotheke hätte, würde ich dem einmal Apothekenkompetenz und dann noch, sagen wir mal, drei Behandlungskompetenz und vielleicht noch dieses mit dem Patientenbetreuung. Damit die Patienten zufrieden sind. Und dann hat man einen perfekten Apotheker. Genetik braucht man fürs DNA-Labor. Und hier kommt jetzt die Stationsverwaltung. Die verbessert die Leistung in Stationen. Und zwar normale Stationen und Frakturstationen. Und da möchte ich jetzt... Ich glaube, ich wollte da drei Schulen. Äh, nee. Ja, Stufe 3 Schulen. Ich gucke erst noch mal. Das würde ich auch empfehlen. Wenn man sich die Zeit nehmen kann, macht es Sinn, noch mal reinzugucken, was haben eigentlich meine Mitarbeiter schon und was macht Sinn zu schulen. Ich habe hier eigentlich extra was vorbereitet und habe einen Gordon-Farce. Habe ich extra noch bis zur Beförderung arbeiten lassen. Und der ist bereit für Stationsverwaltung 3. Ganz genau. So. Und dann mache ich gleich noch mehr. Weil das mehrere können. So. Und hier brauchen wir jetzt einen Gastausbilder, weil das hat bei uns noch keiner. Verfügbare Teilnehmer. Nehmen wir in diesem Fall alle vier, weil es ist gerade recht ruhig bei uns. So. Und dann geht's los. Der Kurs. Jetzt stürmen die hier gerade alle aus dem Krankenhaussaal. Ich hoffe, es bleiben noch welche übrig. Da kann man schon auch mal Fehler machen, wenn man so im Übereifer... Ich will sie alle schulen. Dann ganz viele in die Schulung steckt. Schon vier können zu viel sein. Dann hat man plötzlich zu wenig zum Arbeiten. Aber hier sind ja noch welche übrig geblieben. So. Die Topfschmerzen. Das lehne ich mal ab. Weil ich mich da gerade nicht drum kümmern kann. Hier ist jemand reif für die Beförderung. Personal. Ne. Herausforderung. Jetzt habe ich jetzt auch keine Zeit. So. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier so abgeht. Die Gastausbilder, die kommen meistens mit dem Hubschrauber. Oder wenn es keinen Hubschrauber-Landeplatz gibt, dann kommen die irgendwie so angelaufen. Jetzt gucken wir mal, ob wir die sehen. Die haben nämlich so ein... So ein Doktorhut-Symbol. Naja. Das kann man manchmal eine Weile dauern, bis die kommen. Aber vielleicht habe ich sie jetzt auch übersehen. Mal gucken. Nee. Noch läuft da gar nichts. Die Schüler sitzen schon brav. Also hier sitzen schon die Pflegeschüler. Und auch die Ärztin sitzt schon da. Wir warten jetzt. Und er macht hier Klassenkasper. Das kommt auch vor. Und wir warten jetzt auf die Dozenten. Mit hauseigenen Dozenten geht das natürlich etwas schneller meistens. Da kommt jetzt einer angelaufen. Da kommt noch einer angelaufen. Ja. Die müssen halt erst herbeifahren. So, jetzt geht die Schulung los. Da können wir mal zugucken. Ja, und wichtig für die Weiterbildung ist eigentlich zu wissen, dass sie sehr wichtig ist. Also gerade wenn man unter großen Schlangen in der Allgemeinmedizin leidet oder unter großem Chaos und die Leute sterben einem weg wie Fliegen und so, dann ist Weiterbildung dafür das beste Gegenrezept. Je besser die Mitarbeiter weitergebildet sind, desto geringer sind am Ende die Schlangen und desto besser werden die Patienten geheilt. Und darum spielt das schon eine wichtige Rolle. Aber man muss sich halt immer überlegen, kann ich gerade denen, die, die hier sitzen, entbehren für 30 Tage? Was wird das für Folgen haben, wenn jetzt hier Elvira nicht in ihrer Arztpraxis arbeitet? Es geht dann immer in der Zeit ein bisschen schlechter. Und darum mache ich selber ganz gerne kleine, so nebenbei eine kleine, viele, also eine kleine Weiterbildung, weil dann fällt es nicht so auf. Das ist jetzt schon eine größere Weiterbildung, würde ich jetzt sagen. Und mit ihr, das ist eine kleine Weiterbildung, dann haben wir die Ärzteschaft eine Stufe höher gebracht. Und beim nächsten Mal könnte sie dann auch als Ausbilderin dienen. Ja, und hier könnt ihr jetzt auch sehen, wie das so abgeht. Die Lehrer, die fuchteln da rum, wie Lehrer es halt so tun. Und die Schüler, die melden sich manchmal. Und gucken mal nach hinten. Und er springt immer mal wieder auf und hüpft auf den Stuhl rum. Und ja, er geht jetzt raus. Warum geht er raus? Er ist fertig. Der lernt etwas schneller als die anderen. Aber sie sind sowieso alle jetzt fertig. Und jetzt haben die alle Stationsverwaltung 3 und können in der Station viel effektiver arbeiten. Ja, ich denke, das ist das Wesentliche, was man über die Weiterbildung sagen kann. Bestimmt gibt es da auch noch mehr zu sagen. Aber mit den jetzigen Infos werdet ihr eigentlich ganz gut weiterkommen, denke ich. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.